Am 4. August 1990 wird in der Stadt Innsbruck in Österreich ein Kind mit österreichischer Mutter und nepalesischem Vater auf die Welt kommen, von dem niemand ahnt, wozu es eines Tages fähig sein wird. Doch etwas mehr als 28 Jahre später ist dieses Ausnahmetalent am 16. April wieder von der Leinwand verschwunden. In der heutigen Ausgabe von Legenden im Porträt möchten wir David Lama und sein Leben vorstellen. In Innsbruck ist David Lama unter dem berühmten Reini Scherer zu einem echten Kletterprofi herangewachsen. Mit sieben Jahren begann er schon erste Wettkämpfe im Sportklettern an Plastikwänden zu bestreiten. Mit neun Jahren hat er die ersten Wettkämpfe gewonnen und nur ein Jahr später, also mit zehn Jahren, kletterte er seine erste 8a am Fels, womit er zum damaligen Zeitpunkt der jüngste überhaupt war. Doch er wollte mehr. 2004 und 2005 gelangen ihm die Siege im Jugend-Europa-Cup und den Jugend-Weltmeisterschaften. David Lama war so begabt im Klettern, dass er durch eine besondere Ausnahme schon mit 15 bei den Erwachsenen im World Cup mitklettern durfte. Hier gewann er kurzerhand einfach mal gleich den Boulderbewerb und den Vorstiegsbewerb. Dabei war Erfolg nicht sein primäres Ziel. Er wollte Alpinist werden. Doch der Weg vom reinen athletischen Kletterer zum Alpinisten war definitiv schwerer und härter, als er sich das wohl selbst vorgestellt hat. Er wollte puren Alpinismus mit den Schwierigkeiten des Kletterns verbinden. Für sein erstes großes Projekt dieser Art suchte er sich eine Idee mit einer langen Geschichte aus. Die Kompressor-Route am Cerro-Tore in Patagonien. Schon bevor es losging, kam sein Sponsor Red Bull auf ihn zu und wollte aus diesem ganzen Projekt ein Medienspektakel machen. David willigte ein, obwohl es gar nicht seine Art war, seine Leistungen und Erfolge auf die große Glocke zu hängen. Denn dafür wurde David Lama auch berühmt. Er war bescheiden, ruhig und selbstlos. Er galt als liebevoller Mensch, stets um sein nächstes Umfeld bemüht und trotzdem als erfrischend ehrlich und direkt. David war nicht mediengeil, er war es egal, wie er vor der Kamera aussah und er hatte auch keinen Pressesprecher. Gerade im Film über den Cerro-Tore bekommt man diesbezüglich einen tollen Eindruck von der inneren Ruhe, die David Lama so ausmachte. Auf die Information, dass am Cerro-Tore von einer kanadischen Seilschaft sämtliche Sicherungsmöglichkeiten und Bohrhaken abgeschlagen und entfernt wurden, entgegnet David Lama ganz lässig, ja, mir wurscht, ist mir echt wurscht, dann nehme ich sie halt auch nicht her. Und warum sie das gemacht haben, das konnte sich David auch ganz gut erklären. Weil sie meinen, dass sie das machen müssen. Genauso wie ich meine, dass ich die Kompressor-Route freiklettern muss. Ein typisches Beispiel für die Gelassenheit und Ruhe, die David auf alle Probleme anwandte. Doch David Lama wurde für seine Versuche am Cerro-Tore erst auch sehr heftig kritisiert. Denn im ersten Jahr ist er ziemlich gescheitert und hat nicht ansatzweise sein Ziel erreicht. In der heimischen Szene hat man sich über ihn die Mäuler zerrissen. Man hatte den Beweis, dass ein Plastikkletterer kein Alpinist ist und David Lama ein Blender. Doch selbst das nahm er hin und ließ sich davon nicht unterkriegen. 2012 gelang es dann schließlich und der Cerro-Tore wurde über die berühmte Kompressor-Route erstmals frei geklettert. Ein Meilenstein in dem Spagat zwischen dem extremen Klettern und Alpinismus in Reinform. Möglich gemacht durch David Lama. David ließ aber einfach nicht locker. Er wollte weiter Alpinist sein, denn darin sah er offensichtlich mehr Erfüllung als im reinen Sportklettern. So gelang ihm ein Jahr später in Alaska die Erstbesteigung der Headwall des Moses Tooth. Dann kam ein Herzensprojekt, das ihn längere Zeit beschäftigte. Der Lunagri in Nepal. Über den Westpfeiler gelang es 2015 noch niemandem, den Gipfel zu erreichen, sodass sich David und sein Panda Konrad Anker an diesem versuchten. Sowohl 2015 als auch 2016 scheiterten sie. 2016 hatte es David Lama sogar noch ein zweites Mal Free Solo probiert. Leider auch erfolglos. Zwei Jahre später, 2018, wollte er es aber nochmal wissen und reiste erneut allein zum Lunagri. Und am 25. Oktober stand er dann letztlich auch auf dem Gipfel. Doch das alles sind nur Auszüge aus einem so spektakulären und intensiven Leben. Ich verlinke euch alle seine Erfolge unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr mal nachvollziehen, was dieser Mann in unglaublich kurzer Zeit geleistet und geschafft hat. Dennoch sei hier erwähnt, dass David Lama deutlich mehr umsetzte, als die Öffentlichkeit in der Regel so mitbekam. So bezwang er den Amada Blam als Akklimatisationstour für den Annapurna 3, wobei der Amada Blam für die meisten durchschnittlichen Alpinisten bereits ein Lebenstraum wäre. Außerdem kletterte er auch weiterhin am Fels, Routen bis in den Schwierigkeitsgrad 9a, den nur ganz wenige Menschen weltweit überhaupt klettern können. David Lama erlebte in seinem 28 Jahre alt gewordenen Leben mehr als manche Alpenverein Sektionen in ihrem ganzen Leben zusammen. Das intensive Leben wurde jedoch im Jahr 2019 plötzlich und unerwartet beendet. Am 16. April waren Hansjörg Auer, Jess Ross Kelly und er bei einer Lawine im Banff National Park in Kanada ums Leben gekommen. Sie erreichten den Gipfel des Host Peak über eine neue, schwere Fels- und Eisroute und wurden beim Abstieg in einer Schneerinne von einer Lawine erfasst und 800 Meter in die Tiefe gerissen. Aufgrund der schweren Bedingungen wurden sie erst am 21. April 2019 tot aufgefunden. David Lama wurde zwar berühmt für seine waghalsigen Projekte und seine unglaublichen Leistungen am Fels und im Eis, doch vor allem wurde er durch seinen Charakter und durch die Fähigkeit, Mensch zu bleiben berühmt. Er war ein positives Beispiel für den Zusammenhalt und die Stärke unter Alpinisten. Man kann sagen, dass er bis zu seinem letzten Tag als bodenständiger Mensch trotzdem nur den Himmel als Limit kannte. Meine persönliche Meinung zu David Lama ist, dass er einer der sympathischsten Alpinisten meiner Lebenszeit war und trotz Versuchungen von großen Medien wie Red Bull ist er immer nahbar geblieben, am Boden geblieben. Er war immer an erster Stelle Alpinist und Mensch und erst an zweiter Stelle Unternehmer. Das werde ich ihm für immer hoch anrechnen. Meine Gedanken richten sich stets an alle Hinterbliebenen, die diesen besonderen Menschen auf seinem Weg begleiten durften. Seinen Eltern, Rainer Scherer und seinen vielen Freunden unterwegs.